Woher kommt Öl? Um zu verstehen, wie Öl entstanden ist, müssen wir die Zeit zurückdrehen. Nein, noch weiter zurück. Weiter. Genau, bis in eine Zeit, in der die Gebiete der heutigen Ölfunde mit Wasser bedeckt waren. Diese Meere waren Lebensraum für Abermillionenorganismen unterschiedlichster Größe. Wenn sie starben, sanken sie auf den Meeresboden und bildeten Schicht um Schicht kohlenstoffreiche Sedimente. Im Laufe der Zeit wichen die Meere zurück und die ursprünglichen Ablagerungen wurden von immer mehr Sand- und Tonschichten überlagert. Diese Sedimente verwandelten sich durch überlagernde Gesteinsschichten, durch hohen Druck und Temperatur schließlich in Gestein. Millionen Jahre später befanden sich die kohlenstoffreichen Sedimentschichten hunderte oder tausende Meter unter der Erdoberfläche, wo sie weiter hoher Temperatur und hohem Druck ausgesetzt waren. Die hohe Temperatur, bedingt durch die geothermischen Tiefenstufen im Erdinneren und die schrittweise mikrobakterielle Zersetzung der Organismen, ist für die Entstehung von kohlen Wasserstoffen, Öl und Gas entscheidend. Allgemein wird angenommen, dass Öl- und Gaslagerstätten in unterirdischen Seen vorkommen, die von diesen sich zersetzenden Organismen gebildet wurden. Tatsächlich ist das Öl aber in den Mikroporen des Gesteins eingeschlossen, wie Wasser in einem Schwamm. Ein Rohölfeld bildet sich nur unter drei Bedingungen. Zunächst muss das Öl aus dem Muttergestein durch die darüberliegenden Gesteinsschichten bis in ein poröses und klüftiges Gestein aufsteigen können, das in der Regel aus Sand oder Kalkstein besteht. Damit sich dieses Öl sammeln kann, muss sich außerdem eine natürliche geologische Form, wie etwa eine domartige Aufwölbung oder eine Verwerfung, tektonische Bruchstruktur, gebildet haben. Und schliesslich muss eine undurchlässige Gesteinsschicht, zum Beispiel Ton, dieses Öl einschliessen. Das Öl verbleibt so lange in den Poren des Lagerstättengesteins nun ausreichend konzentriert, bis es exploriert und wirtschaftlich gefördert werden kann.